Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind nicht mehr ganz alleine unterwegs hier auf Undweg, denn Fohlan ist jetzt an unserer Seite. Er gehört zu den Mannen Chalmas und wird uns jetzt auf der Suche helfen, denn er weiß selbst nicht, wo dieser geblieben ist. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo müssen wir jetzt hier eigentlich hin? So, und es gibt zwei Sachen. Einmal, wir sollen immer noch Urskal-Kunden, die Ruinen, und dort nach Anzeichen von Chalmers Anwesenheit suchen. Und dann sollen wir irgendwie den See überqueren, was auch mehr damit gemeint ist, keine Ahnung. Und hierhin. Ja, okay, also ich denke, das ist jetzt hier das natürliche nächste Ziel. Wir gehen aber erstmal südwärts direkt zum verlassenen Dorf. Ja, hier müsste es lang gehen, oder? Da haben wir, glaube ich, auch Plötze zurückgelassen. Genau, hier geht's los. So, im Übrigen, ich habe nochmal diese Mod kontrolliert, die dazu führt, dass Plötze uns folgt. Sie war tatsächlich nicht mehr installiert. Der Grund ist immer, wenn es eine neue Spielversion gibt, dann gibt es Probleme mit den Mods. Das ist immer ein bisschen aufwendig, aber jetzt müsste das funktionieren. So, und jetzt müsste eigentlich Folgendes passieren. Plötze müsste uns jetzt immer hinterherlaufen. Das finde ich jetzt ganz angenehm, gerade wo wir jetzt noch einen Begleiter haben, passt das, dass wir jetzt nicht mit reiten. Aber die Frage ist natürlich, wollen wir diesen Ort hier nochmal durchsuchen? Ein bisschen in ein paar Häuser gucken. Könnte man vielleicht tun. Machen wir mal. Also, es ist, glaube ich, einfach nur dieses eine Haus, ne? Plötze. Bleibt mal stehen. Wir gehen mal kurz hier rein. Ah, okay, alles klar. Die Sache hat sich schon erledigt. Hier ist gar kein Reinkommen. Hier kann man nicht viel untersuchen. Da oben. Ja, das könnte was sein. Abgeschlossen. Okay. Das ist immer so komisch, ne? Abgeschlossene Türen, die können wir natürlich mit Art nicht aufbrechen, auch wenn sie so unfassbar wacklig aussehen, wie diese hier. Ja, gut. Jetzt ist aber die Frage, orientierungsmäßig, wo müssen wir jetzt eigentlich lang oder wo wollen wir lang? Gehen wir jetzt diesen langen Weg dorthin? Ja. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir sind faul. Wir reiten doch. Und er muss dann einfach hinterher. So, okay. Also wir folgen jetzt einfach stur diesem Weg. Und ich habe irgendwie gerade das Gefühl, ich gehe in die falsche Richtung. Ja, tue ich auch. Okay, also wir verfolgen stur den Weg dorthin. Und unser Freund hält Schritt. Weil wir ja auch hier nur langsam reiten. So, der Weg geht. Ah, jetzt. Leute, ich muss leider nochmal gucken. Ich habe mir jetzt diese Kreuzung nicht gemerkt. Das ist ein bisschen diffus jetzt. Okay, das führt ins Nichts. Also jetzt einfach mal geradeaus, immer geradeaus. Na ja, eigentlich dem Weg folgen. Und dann müssten wir es eigentlich schon sehen. So kompliziert kann das ja jetzt nicht sein. Also, weiter voran. Ist diese Felsformation irgendwie interessant? Nee. Das Problem ist ein bisschen, dass man den Weg gar nicht so richtig als Weg erkennt. Doch, jetzt geht es. Schauen wir mal links hoch. Ist jetzt eigentlich am Morgen. Nee, es ist mitten in der Nacht. Aber es sind wohl Polarmächte hier. Das Ganze wird nicht so richtig dunkel, habe ich den Eindruck. Durchaus anders als in Wählen. Okay, der Weg scheint erstmal sicher zu sein. Was passiert, wenn wir ein bisschen schneller reiten? Er ist gut zu Fuß. Das ist schön. Irgendwie aber ein wirklich unwirtlicher, um nicht zu sagen unheimlicher Ort hier. Alles. Und da vorne haben wir einen Eisbär, der uns den Weg versperrt. Oder was auch immer das ist für ein Viech. Es heißt Bär einfach nur. Ah, unser Freund schießt schon. Das ist gut. Okay, das war nicht gut. Naja. Das brennst du wenigstens. Schöne Treffer. Okay. Wunderbar. Bärenfett. Danke für deine Hilfe, Fohlan. Ich behaupte einfach mal, es hat den Bären jetzt auch ganz schön abgeleckt. Die Pfeile. So. Okay. Da vorne geht es ganz offensichtlich nicht weiter. Aber es sieht aus wie eine interessante Formation. Wir gucken mal ganz kurz dahin. Was ist hier doch, oder? Nee. Das ist doch eine Höhle da drüben. Das sehe ich doch von hier. Ja, tatsächlich. Kommt er mit? Wollen wir die erkunden? Oder ist das manchmal ein Ausgang von der Höhle, die wir später vielleicht noch kennenlernen werden? Ah, man weiß es nicht, ne? Hier ist noch so eine Schmiede-Quest. Ich gucke einmal rein. Wenn wir da irgendwo runterspringen müssen, wo wir nicht hochkommen, dann lasse ich es, glaube ich. Schwer zu erkennen. Pass mal auf. Wir werden diese Höhle uns einfach merken. Das ist jetzt hier nicht unsere Mission. Ich mache aber mal hier ein Symbol auf die Karte. So. Das ist ein interessanter Punkt. Hier werden wir zurückkehren. Wir reisen weiter. Wahnsinn, diese Ruine dort. Was ist jetzt genau eigentlich auf der Karte diese Ruine? Ah, das ist das Ding da. Alles klar. Okay, da ist noch ein Eistroll. Oh, und zwar... Oh nein, ja, so erwischen wir den nicht. Und zwar ein guter. Oh, stark. Aber Rennen ist immer gut, glaube ich. Ich glaube, ob die Pfeile ihm irgendwas... Oh, ich bin doch ausgewichen. Von hinten. Er hat uns... Was war das für ein Schlag? Der kann uns doch gar nicht erwischen. Jawohl. Ja? Ja, wir müssen da noch... Ich musste eigentlich noch mal gucken, welchen... Da passt... Oh, oh mein Gott. Das ist ja krass. Ein Schlag, wir sind fast tot. Die sind echt gefährlich. Manchmal sind die Treffer richtig gut. Zum Beispiel jetzt. Okay, wir haben jetzt alle Absude aufgebraucht. Ab jetzt müssen wir eigentlich was anderes machen. Wir müssen mal austauschen. Das ist hier irgendwie doch ein bisschen heikel. Wir haben doch noch unsere andere, unsere normale Heilung hier. Schwalbe, oder? Genau. Überlegene Schwalbe. Die muss jetzt rein als Alternative. Und wisst ihr was? Ich gucke jetzt einfach mal kurz hier ins Bestiarium. Eistrolle. Okroidenöl und Quen. Okay. Keine Bombe, die hier hilft. Interessant. Und naja, gut. Okroidenöl. Sollten wir aber das nächste Mal auftragen. So, war hier noch irgendwas? Ne. Dann wollen wir mal Plötze nicht vergessen. Und weiter geht's. Wir müssen aber gleich an dieser... Ah ja, das ist der See, den wir bequeren sollen. Und hier unten muss irgendwo diese Ruine sein. Ein schmaler Grat. Okay, es ist ein Ort. Offenbar auch ein zerstörter Ort hier. Blut finden wir hier schon mal. Wir steigen ab. Das ist keine Spur. Geister oder sowas sind erstmal noch nicht zu sehen. Hier kommen wir nicht rein. Okay. Oskar. Was wissen wir über Oskar? Gucken wir uns das erstmal an. Oskar. Die Dörfler waren für ihre Vorliebe für eingelegten Hering bekannt. Sie aßen morgens, mittags und abends Hering und machten sogar Marmelade und Kompott daraus. So, da haben wir eine Spur. Kampfspuren. Ja, okay. Alles klar. Ist doch mal eine präzise Aussage. Warum lange um den heißen Brei herumreden. So, hier. Ein paar Kräuter. Stahlbahn nehmen wir gerne mit. Okay, aber keine weiteren Spuren. So. Folge der Blutspur mithilfe deiner Hexersinne. Ah, okay. Alles klar. Sie sind zu den Höhlen gerannt. Ja, da hieß es doch, das ist eine Möglichkeit, diesen See irgendwie zu überqueren oder zu umgehen. Ich weiß gar nicht, was ist an diesem See denn jetzt so besonders, dass man da so einen Aufriss machen muss? Kann man nicht einfach... Warte mal kurz. Kann man ja einfach hier rum und dann, keine Ahnung, hier irgendwie rüber. Es sieht doch alles problemlos aus. Merkwürdig. Folge der Blutspur. Na gut, wir machen das, aber wir erkunden hier noch ein bisschen mehr. Vielleicht ist hier ja noch was. Hier kommen wir nicht rein. Noch ein bisschen Material, hier scheinbar reinzukommen. Oh ja, durchaus wertvolles Zeug. Die Nägel hätte ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen müssen. So, hier hinten. Ja, Silber, schwarze Perlen, Demeritium waren sogar. Es war wohl mal eine wohlhabende Gegend. Nun gut. So, da hinten ist noch ein Haus. Das gucken wir uns natürlich auch noch an. Das ist natürlich wieder abgeschlossen. Okay. Gut. Na dann, folgen wir den Blutspuren. Warte, hier ist noch was zum Untersuchen. Der Riese hat sie gejagt. Hier ist jemand gestolpert und gefallen, konnte aber fliehen. Gut. Schaut mal, jetzt ist ein schöner Moment. Noch eine Spur. Warte. Jetzt kann Bluts uns einfach mal so folgen. Während wir Spuren untersuchen. Das ist doch schön. Blut. Sehr viel Blut. Ja. Wir hören schon, dass irgendwo hier unter der Erde was los ist. Halt. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Okay, hier ist eine Höhe. Ja, können wir hier noch was untersuchen? So, Plätze, du bleibst jetzt mal hier. Und, was ist hier noch? Ich muss einen anderen Weg finden. Ah, okay. Hier ist es wieder, hier ist der Riese wieder hochgegangen wahrscheinlich. Unser Weg ist jetzt dieser hier. Der Riese wollte rein. Hat dann anscheinend aufgegeben. Ach so, die haben sich hier reingeflüchtet. Ah, verstehe. Ah, verstehe. Ist hier entlang. Hm. Wer auch immer. Aber es sind jetzt nicht mehr viele. Das ist vielleicht ein Überlebender. So, da vorne ist irgendwas. Oh, das wollte ich gar nicht. Ist tief. Ich sollte mir das Genick nicht brechen. Was bedeutet das? Dass wir jetzt hier nicht runter können? Oder? Was ist damit jetzt gemeint, Gerald? Ich sollte mir das Genick... Nee, das wollte ich noch nicht. Gibt es jetzt hier... Näh? Ich meinte, wenn das da Wasser ist, dann können wir natürlich da runterspringen. Aber ich weiß nicht, ob unser Begleiter das auch kann. Ich sollte mir das Genick nicht brechen, ja. Oder kommen wir dann doch vielleicht in die Höhle? Da? Das ist doch dieselbe Höhle, oder? Ist das der sichere Weg da runter? Finde heraus, was Chalmers Mannschaft in den Höhlen zugestoßen ist. Ja, das Blöde ist, normalerweise hätte man ja jetzt einen sauberen Blick nach unten. Man könnte jetzt einfach quasi sich darüber lehnen und gucken. Aber es sieht mir irgendwie, ehrlich gesagt... Obwohl, hier unten ist Wasser, ne? Was machen wir jetzt, Leute? Na, passt auf. Ich glaube, wir springen runter. Ich kann jetzt nicht speichern. Ja, also wir laufen, wir laufen, wir machen Anlauf und springen da unten ins Wasser. Da stehst du im Weg, Fohlan. Und... Sprung! Ja, easy. Okay, alles klar. So, wir werden direkt verfolgt. Und was macht Fohlan jetzt? Hallo! Hallo! Komm, du kannst runterspringen. Es ist kein Problem hier. Hier kommen wir klar. Hm, traut sich nicht. So, ist hier unten eine... Ah, schaut mal, da ist noch eine Leiche. Ist das Fohlan vielleicht? Oder was ist das? Na? Warum kann ich es nicht aufnehmen? Ich schwitze nicht, was denn nur wer ist. Es war eine Leiche. Vielleicht waren das die Florenz von Fohlan. So. Oh! Oh! Er ist unten. Wie hat er das denn geschafft? Jetzt ist die Frage, in welche Richtung wir laufen. Und warum ist das hier so gold? Es gibt hier mehrere Richtungen. Bemerkenswert. Wir zücken mal die Fackel. Wir laufen erst mal in diese Richtung. Hier geht es zu Ende. Oh! Das hat sich immer auch gelohnt. Sehr schön. Meteoritenbahn. Zwei Stück. Gut. Also hier ist nichts mehr. Da können wir auch nicht hoch. Alles klar. Das heißt, im Moment gibt es... Oh, was ist denn da? Da ist noch so eine Art Brücke. Da kommt man möglicherweise später lang. Hier nicht. So. Oder? Gibt es da irgendwie einen Weg? Wir gehen da nochmal hin. Das sieht ein bisschen so aus, als ob es hier entlang geht. Ne, da oben. Ja, da ist es... Sauberer Schnitt. Der Kopf ist sicher weit geflogen. Okay. Ah, tatsächlich. Hier geht es lang. Und wen haben wir hier? Einen von der Truppe. Hat bis zum bitteren Ende gekämpft. Thorsten. Oh, du kennst ihn. So, also hier könnten wir hoch. Das ist schon mal gut. Bevor wir das tun, gehen wir jetzt ans andere Ende. Die Höhle ist einfach zu groß und verlockend, um sie nicht vernünftig zu erkunden. Gehen wir jetzt erstmal am rechten Rand entlang. Hier finden wir... Oh, gegerbtes Draconidenleder. Alles gute Zeug hier. So, und das klingt nach dem Wasserfall, den wir von oben gesehen haben. Möglicherweise. Da unten ist noch eine Leiche. Und da habe ich sogar noch mehr gesehen. Wir tauchen. Manchmal kriege ich es nicht zu fassen. Das sind aber nur zwei Floren gewesen. Aber ich glaube, da war noch was. Weiter hinten. Bin mir aber nicht sicher. Wir tauchen nochmal kurz auf. Ja, da war noch eine Kiste. Großer Rungestand. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie der Ort, wenn wir hier... Das ist, glaube ich, der andere Höhleneingang, oder? Ja, tatsächlich. Da wären wir runtergekommen. Das heißt, wir brauchen das nicht mehr erkunden. Die Sache ist klar jetzt. Okay. Dann halten wir uns jetzt mal rechts. Gerne mit Fackel. Das gelitzert und funkelt. Aber wir können damit nichts anfangen. Ja. Na gut. Dann ist klar. Dann haben wir das soweit alles erkundet. Hier gibt es dann nichts mehr. Sehr schön. Na. Da geht es noch. Ja. Wartet. Hier haben wir noch eine Spur gehabt, oder? Nee, es ist nur allgemein die Blutspur. Können wir nicht untersuchen. Was sind das alles für Vorräte im Übrigen? Die Spitzhacken, die brauchen wir nicht. So, das ist die Brücke, die wir von unten gesehen haben. Da haben wir die nächste Spur. Ja, das frage ich mich auch. Einer liegt hier. So, ist das ein Explosionsfass, ne? Da solltest du mit der Fackel ein bisschen aufpassen. Stahlblech. Da könnte er jetzt hier runterspringen. Aber ich bleib mal oben. Irgendwas hört man hier. Ja, das ist natürlich verlockend, ne? Oh. Oh, was ist hier los? Fackel können wir jetzt mal wegstecken. Ah, ja. Weitere Spur. Was haben wir hier noch? Kisten über Kisten. Die ich aber jetzt nicht untersuchen kann. Vielleicht, weil ich das Schwert gezückt habe. Nein, das ist ein Explosionsfasser. Oh mein Gott. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Was ist denn hier los? Da geht es weiter hoch. Aber wir erkunden jetzt erstmal den Baum da. Beziehungsweise diese Spur hier. Der Tunnel ist eingestürzt. Aha. Er feuert schon. Okay, dann gehen wir ran. Vielleicht sollten wir auch feuern. Oder wir waren... Nein! Oh Gott, Gerard! Oh mein Gott. Das wäre jetzt richtig schief gegangen. Ja, ja. Machen wir es. Ich gehe hier weg. Nein! Oh Gott! Warte mal. Wir müssen irgendwie runterholen. So, und jetzt... Das Problem ist, dass er sich im Kampf ja halt bewegt. Und das ist manchmal absolut unberechenbar. Wir lassen sie die wegkommen. Jawohl. Oh mein Gott. Das... Das wäre beinahe schief gegangen. So, nehmen wir die Harpien-Eier mit. Ist da oben am Baum noch was Besonderes? Könnte sein, ne? Das ist nur die Spur. Ich schaue mal nach oben. Ah, das sind zwei Beutel. Ich frage mich, ob das hier Gold darstellen soll. Dieses Erz, was wir hier schimmern sehen. Gut. Weiter geht's. Halt. Hier. Okay. Blutspur. Kiste ist nichts Besonderes. Uh, da ist aber noch mehr Kiste. Da kommen wir nicht durch. So, dann geht's hoch. Ja, sie haben sich hier durchgekämpft. Sie hat den halben Köcher abbekommen. So. Hier ist zu Ende. Da geht's weiter. Und, wer wartet da vorne auf uns? Schlinger. Ah, okay. Die Esklinien, ja. So war das. Der lebt noch. Kommt aber irgendwie nicht weg. Ii. Da ist noch der Nächste. Haut er ab? Kommt er? Welche Richtung gehen wir? Hier sind sie wahrscheinlich weiter. Ich würde sagen, gehen wir erstmal hier kurz gucken. Ja, hier ist das Ganze zu Ende. Okay. Kristallisierte Essenz. Das klingt bedeutsam. Ob es das ist? Wir wissen es nicht. So. Er ist da am Kämpfen. Mit seiner am Bogen befestigten Taschenlampe. So, ne, ihr? Keine Wahl. Ah, ja. Bäh. Widerlich. Nicht gut. Okay. Wir knuspern ein bisschen was. Folgen weiter der Spur. Zwei geteilt. Hm. Wo geht's denn hier? Rechts runter. Was ist das für ein... Geräusch? Ist das der andere Weg, den ich vorhin vielleicht gehen wollte? Nee, das ist eine reine Sackgasse. Aber immerhin mit einer Truhe. Gut. Wir kommen an die frische Luft. So wie es aussieht. Aber irgendwas... Ah, wir sind hier an der Schmiede. Sehr schön. So, liebe Leute. Aber was hier an dieser Schmiede auf uns wartet, das erleben wir gemeinsam mit Fohlan das nächste Mal. Also. Fohlan bleibt mal ein bisschen hier. Na, nicht, nicht zu übereilig vorlaufen. Das könnte gefährlich enden. Ja, also. Bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Euer Steinwall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.